Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Rapportriss für einen exzellenten schriftlichen und mündlichen Rapport größe Merci. Dafür, für Kommentare, am NUMF von der CSV. Zur vier Geschichte. Der 6. Juli 2015 hat der Nachhaltigkeitsminister der Kommission der Exekution Budgetär der Comexpo mitgedeilt, dass die Zweitbaufärs vom Nationalen Gesundheitslaborateur dem LNS aufgeändert gehen muss und dass der Radiophysikslaborateur von der Division von der Radioprotektion nicht mehr, wie am Gesetz vom 18. Dezember 2004 gesehen, ob die Linker kommen. Der Grund von dieser Änderung, die wir nur hören, leidet bei dem neuen Notfallplan vom 15. Oktober 2014 am Fall von einem Akzident an der Atomzentrale zur Karte genommen. Da müssen die zehn Gemengen, die an einem Umkreis bis zu 15 Kilometer rund dem Kattenomlein evakuiert gehen, also auch statt Diedling, an zwei Anopfangstrukturen an Dästleck. Sicherheit an Dorfschalten von allen Atomreaktoren rund dem Eistland wäre noch öfters ein Thema an der Schamber, dem mein Fraktionskollege Marco Schank besonders verbunden ist. An die Bürger der Bausen leidet das Thema auch um mich. En attendant hoffen wir all, dass der Notfall nie soll antreten. Als Ersatz für die Laboratoire der Radiophysik wird die Regierung ja viel geschlossen, die Integrated Biobanker von Luxemburg, IBBL, an die Beihiligkeit vom LNS zu setzen. An der Komplexburg auf Dorf sind froh aufgeworfen, ob für die Änderung des Bauprogramms vom LNS dann nicht das bestehende Gesetz müsste aufgeändert gehen, was sich dann auch tun, den 20. Juli bestätigt wird. An diesem Sinn hatte ich auch eine Question Parlementaire Nummer 1456 und den Herr Ministergericht. Alle stellen aber fest, dass die Regierung bis den 22. Februar gebraucht wird, für das Projet der Loi zu deposieren. Herr Präsident, CSV begrüßt ausdrücklich Synergien, die nur zwischen der IBBL und dem LNS können stattfinden, und am Niveau von der Recherche, der Logistik, auf jeden Fall der Qualität, weil besonders den LNS wird der technisch. Was nämlich das Funktionellement an dem Konzept von dem auch geht, so dass den alles ähnlich wie an den richtigen Indischen. Fert es, dass das Modell vom Konzept nicht mit dem entspricht, wie ihn initial gestimmt gab, CSV hat an der Kommission dort hingewiesen. Ich verweise noch auf den Rapport von 2015 von der Kurde-Kont über die Finanzgestion an den Jahren 2013 und 2014 vom LNS. Da geht es um viele von einer mittel- und langfristiger globaler Vision und von diversen finanziellen Irregularitäten. Großprobleme geöffnet auch schon bei den Analysen an der Pathologie, wo potenziell Krebspatienten immens lernen, ob hier Resultate da haben müssen werden. Und es gibt Schwierigkeiten für Direktionsposten zu besetzen. Es gibt keine Strategie vom LNS, ob schon Madame Minister an der Santé-Kommission angekündigt hat, die GIF bis am 30. April fertig zu gehen. Und als geplankte Visite vom LNS zu Dittling, als Orlo an den Hirsch verläuft gehen. Herr Präsident, froh vom definitiven Standort von dem Radiophysik-Labo wäre abgeworfen von meinem Fraktionskollege Ali Kees. Wüüü dem Labo singt Schlüsselroll am Fall von einem nukleären Akzident, muss ihn auf einen sicheren Platz in der Dach kommen. Laut Exposier des Motivs des Gesetzes vom 18. Dezember 2009 wird den aktuellen SIT auch nicht optimal. Wege seit Regierungen froh vom Standort. Zum Bau selber ist nicht viel zu sagen, außer die Konsequenzen, die im Niveau vom Verkäuern zu bringen. An der Kommissionssitzung, so von der Rapport RIS akteiert, hat CSV auf Problematik vom Verkäuern rundherum dem SIT-LNS aufmerksam gemacht, den durch die zusätzliche 42 Matarbeiter von der IBBL nach verstärkt wird gehen. Aufgrund von der massiven wirtschaftlichen Entwicklung am Raum B. Dittling, der Overtur vom LNS 2013 mit über 200 Leitpersonal, dem Logistikzentrum frieres SIT von der WSA, dem CWL-Multimodell, den 2007 Sengelserlass fuhren, erweitere kommerzielle Aktivitäten, als es auf Erdbezwänge massiven Zauhüllen vom Trafik kommen. Die SIT sind aber noch immer nicht unter den öffentlichen Transport aufgebunden. Mobilität durchs Abbegriff, wird aber eine absolute Priorität, muss es sein. Der riesen Tantefisch-Rampoint bei der Autobunnssortie du de Lange-Bürange, für das Ganze abzufangen, soll auch erst 2020 fertig sein. Und das ist auch kein Brittel fürgesehen, für das den Kamionstrafik vom CWL-Multimodell, den es auf der Autobunnen will dort abführen, fürgesehen, und das habe ich auch schon bei der Schambas-Debatten zur zweiten Phase vom CWL-Multimodell kritisiert. Als Rappell, der freie Renohalteskeits- und Infrastrukturminister Claude Wiesler hat schon den 7. Mai 2012 zusammen mit der Gemeinde in Beeteburg und Diedling bei der Schausse mit einer regionalen Verkehrsetude beobtragt. Die leiten der N 2015 vier. Hier muss man nur noch mit Käppgemerken an der, so sehr wie möglich, am Sinn von der Lebensqualität von den Abwohner. Herr Präsident, zu hoffen bleibt, dass die BBL ihre Betriebeweggeplankt kann, aufhören und das gesucht, gehen nicht nachher von der CSV-Fraktion.